okay dann drehe ich jetzt die zeit hoch hoffen wir mal vielleicht kommt ja dann auch gleich wieder irgendwie anfrage so mit mir wird es nie langweilig ich tue jetzt am dresch das gibt was ich schwarber seckerle entern gelbfüßler opa im mehldrescher ich schläg mich weg ich was opa im mehldrescher lieber im mehldrescher als unter mehldrescher ja wie bei dir ne körnermais 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 da haben wir was im ziel oder warte mal schnell ich mache schon eine zeit und dann kann man das nicht mehr schnell weg fahren mal gucken ja klar wer hat die vorfahrt du oder warum kann sich doch also beim 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 körnermais ach weizen alle haben nicht nur können wir mal 17.000 drin ja das geht zu transportfirma gibt 4000 was für mehr bin vor strom 1700 das hätte mir manni fassen das gleich weg ja ich bin ja schon bürner eis aber muss zweimal fahren ja bei kelly gibt es alles und der kuba der kuba nennt sich angel das blaue dings da weißt du ja 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 das ist so witzig da gibt es ein erklärvideo wie heißt es wie heißt es ja mein gerade leute seid doch froh stellt euch vor wir werden muss nicht miteinander herzocken und nicht miteinander reden da müssen wir gucken da kommt wieder das hub hub auch schon du hast so schief angefangen hier was habe ich angefangen nein ich bin ich bin ich bin den straßenverlauf gefolgt jetzt warten bis der money das abgegeben hat und dann können wir hier anfangen ja ich muss zweimal fahren naja ist klar wobei wir könnten nah nie mit den kleinen kommen nicht auf die großen hänger hoch mit dem kleinen drescher ja ich darf auch so natürlich ihre zeit aber wenn ihr um 16 uhr noch bock ab hier weiter zu machen machen wir hier weiter anstatt city skylights leon tag guten tag bvb ist die berg aufgehende mühle man drehte lampen aus sich ja siehst mal nicht lachen arbeiten gelacht hier habt ihr fürs lachen zahlt ja was da steht nix da steht aber was gary ärgert er dich was macht der von hinten gary also ich komme wirklich langsam vor wie im porno dreh echt hupen lecken schlucken von hinten besamungsgerät leon danke für follow man da macht das mit du wirst 40 und dann wirst du wachsen stellt euch jetzt stellt euch mal vor aber ein bestimmten alter man ist vorher ganz witzig blablabla und dann hat der geburtstag und auf einmal ist man es nicht mehr weil man weil dann der geist sagt jetzt bist du alt genug jetzt nehmen wir die liebe zeit weg jetzt ist es ernst des lebens verdammte scheiße das wird bei dir nie passieren ne hallo ich bin doch so querschwimmer guck mich an ich bin zehn jahre älger also böse schlägt gerade vor also das spiel wird jetzt unbenannt von farming simulator zu porno simulator da fehlt noch was da das hat da fehlt noch viel also ich kann mir vorstellen nur mit mit kräuter und pflanzen porno zu drehen da brauchen wir schon irgendwie so so weiß nicht so ein bett im kornfeld ok könnte man mal haltet für dich da kann nichts gutes rauskommen ich überlege doch gerade hallo ich denke nach wobei so was kannst du ich versuchs ich denk dran du bist 40 da geht das nicht mehr so gut war es mit dem denken oder mit dem anderen mit beidem special guest john meyers lp ja normalerweise bin ich lp john meyers aber den namen hat sich irgendjemand hier bei twitch geschnappt ganz komisch war das deswegen john meyers lp umgedreht aber naja john meyers reicht und was soll ich da machen ist der long done john nix kichte du wolle poppen ich weiß was los ist die leute weiß was los ist meine frau hat da auch mir eine schwarzwälder kirsch torte gemacht in herzchen form zum vierzigsten ja der stimmt der hat bestimmt zu viel von dem kirschlikör reingeschmissen das ist eine türnie jaja deswegen bin ich jetzt so vor neben mir also manche leute würden sich wahrscheinlich mit 40 noch so ein schädel aber dann müsste dann sagt die ganze zeit hey schaut euch manny an der ist 50 noch viel schlimmer genau aber da bekommt der spruch warum liegt denn da stroh rum ein ganz andere bedeutung ja ja oh ja jaja 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 wie ist die leute jaja jaja was kill er soll was abgeben von der torte was man er macht hat nöö was das war ein jaja jaja das war leider nicht schneller arbeiten schon hält mich von der arbeit Ja, wacht er ab, John. Was? Der gibt nichts von der Tochter ab. Warte mal, warte mal, warte mal. Nein, stopp, stopp. Und was darum? Pass auf, Kerry, mein Schatz schreibt gerade, das war eine LP-Spezialmischung, mein Schatz. Inhaltsstoffe bleiben geheim. Was war denn das Blaue? Ja, klar. Ich muss aufpassen, dass ich den zum Fenster rausschmeiße. Da freut sich so 500er. Hast du das leer? Nein, ich bin jetzt gerade die zweite Fuhre weg am Ring. Ja, Leute, sorry, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa zweieinhalb Tage. Ja, ich hab halt nur den Hüli, Mann. Der fährt nicht schnell. Ja, dann schieben doch, dann bist du schneller. Da war mir klar. Oder weil ich lasse den Hüli stehen, nimm nur den Hänger. Schieben hoch, das geht schneller. Ah. Ja, John wollte nichts von der Tochter abgeben, ne? Wenn du nochmal hier bist, kriegst du keinen Kuchen. Ach, da nehme ich die Mama Ute in den Arm, dann krieg ich schon Kuchen. Ne, ich würd die Ute dann so bearbeiten und dann gibt es nichts. Krieg ich auch keine Frikadellen mehr, oder was? Ah, das kann man ja hochklappen. Was kann man hochklappen? Mal überlegen. Pass auf, Kenny hat wieder was Neues entdeckt. Man kann was hochklappen. Die Taste X. Wow. Das X. Ja, das X. Scheiße. Das rote X. Ich bin eher das in dem Basteltüm. Was willst du im Basteltüm? John, kannst du die Zeit wieder hochdrehen? Okay. Es sind nicht mehr viel drin, das lohnt sich nicht nochmal. Okay, gut. Jetzt rauch ich eine und dann kannst du gucken, ob ich neue Arbeit drehe von dir. Black Gemade, schönen guten Tag. John, das Geburtstagskind. Äh, Geburtstags, naja, Kind. Und, ja, ich wünsche dir auch viel Gesunderglück und das Übliche halt. Ich hoffe, es werden noch einige Jahre so werden, weiter so. Ja, auf alle Fälle, hallo, Unkraut vergeblich. Gleich spielt John RTL 2 Family im Brennpunkt nach. Hey, das hat... Da sind wir auch schon dabei. Das habe ich mir auch schon mal überlegt, gell, und zwar mit die Sims 4 irgendwie sowas zu erstellen. Und dann irgendwie so das ganze kommentieren wie bei Family im Brennpunkt, weißt? Wenn die irgendwelche Scheiße wieder anstellen. Ich glaube, das wäre schon mal cool. Schön, sag ich immer, je oller, je doller, ey. Ich kann mitlesen. Ja, oh Kelly, musst aufpassen, dass sie nicht noch zwei weitere X findet. Sonst haben wir X, X, X. Das L fehlt noch. Warum L? Dreimal X. Das ist Porno. Manni, wo kommst du her aus solchen Zeit? Der Manni ist ein Außerirdischer. Runter, Brot. Lass mich in Ruhe, Mann, du Klappschwarten, ey. Boah, da wird er, da wird er gleich, da wird er gleich, da wird er gleich. Da wird er gleich zum Bier, Junge. Komm jetzt, schick dich mal mit Wachsen. Hallo, ich will dich ernten. Doch, ich bin ausgewachsen, ich will nicht mehr größer. Bretterbute, ja, Bretterbute auf jeden Fall. Also auf alle Fälle geben wir denen ja nichts. Die müssen sich dann alles irgendwie, so alte Sachen und so und dann fangen wir mal, bis sie alles zerstören. So, als nächstes sparen wir jetzt auf dem größeren Trescher. Darf ich singen, Manni? Nein. Kelly, darf ich singen? Ja. Okay. Allte in Trävel jetzt. Alle meine Ente hier sind schwimmen auf dem See. Oh nein, Löffel. Okay. Dann? Ein Bett im Kornfeld. Dann weine ich. Okay. Mann, bist du öde, ey. Oh, Henry, oh, Henry, oh. Ah, da kommt der Mann, da kommt der Mann, da kommt der Mann, da kommt der Manni, Manni, Manni. Manni, da hupt der, der hat auch huben, Manni hat huben. Ey, boah, alter, da legst dich nieder. Warte, wenn ich... Warte, wenn ich... Legst du oder legst dich? Was? Legst dich. Legst dich nieder. Ich lecke nicht. Ich sag ja, ich hab's falsch verstanden. Oh, und gleich so was halt. Ja, ich feier immer schön, Black Gamer. Aber ohne Alkohol, da ist man besser drauf. So, wer kommt denn da? Landei, hä? Der Landei. Ey, Manni, wo bist du hingöpft? Du sollst ja nicht rumpinkeln irgendwo in einem Baum. Los, ab in dein Auto, äh, in deinen Traktor. So, und warum wächst das jetzt nicht weiter? Das müssen wir warten. Da haben wir gestern Fehler gemacht beim Sehen. Ja, ja. Das öhen wir nochmal, ne? Nein, wir haben die Zeit hochgestellt gehabt. Und das war unser Fehler. Da brauchst du nicht rumhupfen, du guppst eben rein. Oh, nein. Kommt, Gary, komm. Ja, Kelly, was hast du vor? Du musst aufpassen, entweder lecken oder Huben suchen. Oh, ich bin jetzt schon auf dem Dachstil. Ich bin jetzt auf der Straße und warte auf bessere Zeiten, oder wie verstehe ich das? Ich hab umfang keine Arbeit. Gary, nur wundern, nur wundern. Ne, der Erker, nur wundern. Ey, alter, klapp mal deinen Drescher auseinander. Wir brauchen nicht auseinanderklappen, weil es ist aber nicht so weit. Doch, die, ah, siehst du? Es geht aber noch nichts, weil das ganze, ich warte, bis das ganze Feld so weit ist. Der Gary hat sich versteckt. Der liegt irgendwo auf dem Dach und ist am Schlafen. Die meisten Leute können mit 40 nicht mehr so feiern. Das ist bei dir viel anders. Ach, mein Gott. Ich fühl mich, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Ich mach einen Job, wo man einfach jung bleibt. Man hat immer mit Chaoten zu tun. Und solange ich der Hoffnung sein kann, dass es 50-Jährige gibt, die noch verrückter sind als ich, kann ich ruhig so weitermachen. Ey, anständig, ne? Was? Du glaubst, Baden. Alter Opa, ey. Ich sag ja, dann würd ich meinem Enkelchen erzählen. Und was du sagst? Du wirst demnächst schlägen, wenn du hier bist. Ach komm, dein Enkelchen erzähl ich dann, dann setz ich mich mit deinem Enkelchen hin und sag, komm, jetzt schminkt mein Opa und dann ist er wieder glücklich. Ja. Was? Jetzt hat John schon Arbeiter und trotzdem werden sie arbeitelos. Ja, ja. Ja, wir haben einfach zu wenig Felder. Ihr habt zu viele Helfer. Ah, mein Gott. Stroh brauchen wir momentan nichts, dann kann ich Strohablage auslassen. Genau, ich fühl mich jüng und da soll es auch so bleiben. Genau so muss es sein. So, jetzt ist das Feld fertig, oder? Jawollo. Gut. Dann machen wir mal Licht an hier mit F. Und dann schalten wir den Knopf B. 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 Hallo? B. Ach, jetzt wird er zurück, muss ich. Idiot. So, dann gehen wir mal rein da und dann geht's los. So, Leute.